Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Online. Freefall heißt es diesmal, das bedeutet ein bisschen Fallschirmspringen. Haben wir ewig nicht gemacht, wollen wir mal wieder eine Runde failen. Bei mir sind ja hauptsächlich in der letzten Session viele Fails unterwegs gewesen. Diesmal sind wir nicht mehr mit Twitter am Start, haben uns allerdings einige Fragen notiert. Es waren ja so mega viele, sodass wir jetzt auch quasi in die neuen Folgen noch ein paar Fragen von euch mitnehmen können. Und deswegen ist auch wieder unsere gute Sekretärin Florentine von Schlitz aus St. Moritz am Start. Ja, und wird hier begeistert. Noch ein paar Fragen auftischen, herzlich ein paar notiert, der liebe Flo. Und dabei ist natürlich auch der Dennis diesmal. Der Curry immer noch nicht am Start leider. Und der Grunk lässt ja auch noch auf sich missen. Aber dafür der Dennis, der Tobi und der Benni. Ja, ja hallo. Ja, brust du. Was's up, Gott? Ey, 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 yo, listen in repeat. Listen in repeat. Okay, Leute, das ist doch mal nice, oder? Wir starten in einem Helikopter und dann geht's gleich ab, die Post da runter. Drei, zwei, eins, go. Äh, wie spring ich ab? Achso. Hui! Wo müssen wir denn hin? Ach, da, okay. Alter. Ich hab ein Regenburger-Fallschirm. Nein, den hab ich verpasst. Ach Gott. Oh, 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 oh. Den verpasse ich auch da unten. Boah, das kann ich mal so leicht, ne? Boah, superschwer. Kann man irgendwie den Fallschirm wieder schließen? Ich glaub nicht. Stand ja auch da, hätte man eigentlich beachten sollen. Boah. Man muss sich Zeit nehmen, das geht nicht auf Zeit, Jungs. Ne, denk dran. Alter, ich hab's nicht erwischt. Scheiße, ich bin da... Wo geht's denn hier weiter? Alter, das ist voll Steil irgendwie. Da hat schon einer 65 Punkte, hä? Ja, der hat wahrscheinlich den Fallschirm nicht gezogen. Wir haben viel zu früh gezogen. Wir müssen das nochmal machen gleich. Ich glaub, man muss sich hier echt... Das geht richtig ab, eigentlich. Und wenn du den Fallschirm zu früh ziehst. Ah, nein. Ah. Das ist nur fünf Punkte. 15 kann man kriegen, ne? Wenn man perfekt durch... Boah! Oh, 15 hab ich geschafft, tatsächlich. Alter. Wer hat mich da grad angeramelt? Wer angeramelt? Das ist das neue Wort für rammen. Ach ja, ich kenn das. Rameln. Ja, ja, ich weiß nur, worauf du den aus willst, mein lieber Tobinata. Flo, du hast hier ein paar Fragen notiert. Willst du mal ein paar raus auch noch nebenbei, wenn wir hier so durch die Lüfte fliegen? Flo, können die. Wir haben ja schöne Themen. Ich find das super geil. War echt cool mit der Twitter-Session. Ja, hat echt Spaß gemacht. Ja, vielen Dank nochmal an die, ähm... Da gab's das wohl kürzlich auch, ne? Mit den Twitter-Dingern. Genau. Ja, das ist nicht kopiert. Also jetzt bitte nicht da irgendwie anfangen. Ja, nee, das haben ja auch Zehntausende gemacht. Das hat der Erik auch schon vor Ewigkeiten, haben wir darüber geschnüselt. Eben, eben. Also das wäre Bullshit, wenn man da jetzt echt sowas anfängt. Wie viele Punkte habt ihr, Freunde? 50. Oh, du bist ja voll am Abgehen. Ich glaub, 30 erst. Ihr seid doch schon weiter unten. Aber mal kurz ne Frage. Und zwar haben, äh... Nein! Also man kann ja so zusammenfassen, was viele Leute fragen, zum Beispiel grob, was macht ihr eigentlich bei den Message? Ähm, da kann man mal sagen, wir machen ja alle so unsere Let's Play Channels. Aber hier Tobi und Dennis und so, ihr macht ja noch viel mehr, auch mit Play Nation und so. Vielleicht könnt ihr da mal kurz was zu sagen. Ja, bei Play Nation bin ich der Babbo. Nee, ähm... Bei Play Nation bin ich halt für die Seite, für das Portal verantwortlich und gucke, dass alles so klappt mit einem Redakteur. Redakteuren hat man gerade nicht gehört, das wurde gerade unterbrochen. Ja. Ja, und ich bin auf Play Nation ja leider gar nicht mehr so groß mit vertreten. Außer halt, wenn es jetzt zu E3 geht, bin ich wieder da am Start. Aber ansonsten greife ich dem guten Sarraza und dem Gronkh ein bisschen unter die Arme. Genau, der Tobi kümmert sich vor allem um die Veröffentlichung unserer Folgen halt auch. Und er macht selber Let's Plays. Aber zum Beispiel werden wir dann unterwegs, aber ich hab nur läppische 45 Punkte, Leute. Ich glaub, der Fehler ist echt... Ah, ich komm gar nicht ins Ziel. Ja, wir müssen einmal durchfallen. Aber seid ihr da so ganz normal gelandet jetzt hier so? Nein. Ich geh nochmal hoch, ich geh nochmal hoch. Ich hab das auch nicht geschafft da mit dem Dings da. Ah, ich bin jetzt echt... Ah, das schaff ich leider nicht, glaub ich. Ah, knapp, 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 knapp. Nein, hochbeziehen. Ah, schade. Schade. Aber eigentlich ein cooler Sprung. Vielleicht lassen wir da mal nicht den Fallschirm. Das ist doch mal echt ein Freefall, oder? Das wär doch mal cool. Das wäre nie beendet. Ja, weil wir nicht ins Ziel gekommen sind. Das ist nie beendet. Blöd. Ja, leider ist das so. Der Dani, der wusste, wie es geht. Oh, was ist denn GTA Next? Was? Was? GTA Next. Was? Tobi hat ja auch noch 45 Punkte gemacht. Und Maffmaff 0? Ha, da ist halt Maffmaff erstaunlicherweise, der nochmal immer echt sehr gut spielt. Ha, gönne ich ihm, ey. Ja, ich verstehe. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß gar nicht, warum und wieso, lieber Tobi. Was? Wiederholung natürlich. Naja, machen wir nochmal Wiederholung. Fliegen wir nochmal drunter durch auf das Ding. Ähm, Tobi, äh, Flo, hast du noch ein paar Fragen für uns? Genau, also auch noch sehr häufig gefragt wurde, ähm, haben ihr und wir wahrscheinlich schon beantwortet, aber es waren auch viele, wie wir alle uns eigentlich kennengelernt haben. Oh, wer fängt denn da als erstes an? Ja, also bei uns ist es einfach. Die Alchemisten haben Sarah Zau und Gronkh auf dem Geburtstag von Daniel Rizzo kennengelernt. Ja, und alles andere ist dann so passiert. Bei mir war das so, dass ich den Tobi, Giga ist ja damals pleite gegangen, ja, und da ist der Tobi vom Giga-Forum ins Zoom-Gamer-Forum gegangen, also was früher Play Nation war, ist er, äh, und da hab ich den Tobi kennengelernt und dadurch, dass wir Zoom-Gamer hatten, haben wir den Walle kennengelernt, da wir nämlich einen Partner gesucht haben und dann hat der Walle gesagt, wir machen ein MMO-Portal, wir suchen noch hier Leute und dann hab ich den Walle, haben wir dann irgendwann uns getroffen, weiß ich noch, beim ersten Treffen ist der Besucher mit seiner Karre über Rot gefahren in Köln, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, da weiß ich noch ganz genau. GTA, Alter, GTA Real Life, Mann. Und, äh, so hab ich den Walle kennengelernt, den Eric auch, also über Playmessive. Ja, war aber aus Versehen. Ja, natürlich. Er wollte mich imponieren, um mich dann hinterher ins Bett zu kriegen. Ja, genau, mich, mir imponieren. Weißt du, mit dem Walle hatte ich das erste Mal über ICQ-Kontakt gehabt, da hab ich immer diese Klienten für Playmessive hochgeladen. Ah, ja. Oh, Kleinst, Alter, das waren mal Zeiten, äh, scheiß. Ewig her mittlerweile. Wir kennen uns halt echt schon auch alle ziemlich lange mittlerweile. Ja, den Tobi kenn ich jetzt sechs Jahre, glaub ich. Ja, dich kenn ich auch sechs Jahre. Yeah, sechs. Ist schon, ist schon ne Ecke, ist schon ne Ecke. Ja, und wir waren damals, haben wir alle die Hoffnung, alle umsonst, alle mega fett reingehauen. Ewigkeiten in die Portale und so. Und hätte keiner erwartet, wenn ich das heute nochmal anfangen würde, würde ich sagen, Alter, klappt doch nicht. Noch mal Freefall diesmal. Ja, Freefall, Freefall, Freefall. Ja, dann müssen wir aber nochmal echt großen Dank an den Grunsch sprechen. Der hat ja immer gesagt, man hat Videocontent. Das klappt gar nicht, man kommt gar nicht durch die Punkte. Ja, das haben wir ja eigentlich alle gesagt. Und das Problem war auch, dass wir halt wenig Mittel hatten. Und dann haben wir einfach gestartet, guck mal, machen wir Tests. Ich hab dem Erik da noch gesagt, du hast eine super Stimme, mach das mal. Und er so, nee, will doch keiner hören von mir. Oder Play Massive TV, Alter, wie du vor deinem Greenscreen immer standen hast. Ja, das war noch Zeit, Alter. Dann weiß ich noch, wie ich war mit dem Walle bei ihm war. Und dann hat er ja Medal of Honor gestartet als Let's Play und dann hatte er tausend Abonnenten und er sich gefreut hat, so, weißt du? Das ist eigentlich schon krass. 60 Punkte. Ja, ich hab mich natürlich gefreut. Und, nein! Ja, ich bin da vorbeigesegelt. Ah, das ging ganz gut bei mir. Ja, bei mir auch. Aber ich bin trotzdem vorbeigesegelt am Punkt. Ah, ne, ein bisschen besser als eben. Scheiße. 75 Punkte. Nein! Fuck. Null Punkte, weil ich nicht mehr endet hab. Nein! Das ist auch vorbei. Ich bin da in den Gatsch. Ich bin da ab, ab, nein! Ah, ich seh den. Wir können den Heidi beobachten. Das ist ja cool. Ah, das ist ja geil gemacht, ey. Lass uns nochmal machen, oder? Irgendwie ist das nice gewesen mit dem Freefall. Das hatten wir auch kaum gemacht bisher. Was denn jetzt? Wir sehen dem Heidi zu. Ne, Dedani ist das. Ach, das wird viel laut. Dedani sagt noch, äh, der Matze sagt noch, er findet es cool, dass wir das mit dem Töter gemacht haben und er wünscht sich, dass wir das bei anderen Games häufiger machen. Also generell bei, ähm. Ja, könnte man auch mal bei den Sie anwenden. Ja. Äh, ich glaube, das kam auch ganz gut an. ich denke, das war eine super Sache und ich meine, die meisten haben sich, glaube ich, darüber gefreut. Ja! Wir gucken mal hier den Dedani noch an. Der fliegt an allem vorbei. Ich glaube, der hat die Verbindung vor Ort. Ja, 5 wird zu Punkt, aber er hat immerhin, immerhin beendet. Nee, also, das ist auch sau schwer. Ja, nee, der Endi fliegt auch steil, der hat nicht mehr, oh, 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 nee. Aber wahrscheinlich ist es sogar das Klügste, kurz davor. Seid ihr jetzt gut drauf gekommen? Ja. Ich überhaupt nicht. Aber ich habe eine ganze Ecke vorher den Fallschirm geöffnet. Du kannst halt auch, wenn du im Tiefflug bist, kannst du mit, äh, mit RB und LB, du musst beide drücken und dann kannst du quasi gezielt landen. Ah, das wusste ich gar nicht. Ja, das wollte ich dir eigentlich vorhin noch sagen. Ja, ja, komm. Du wolltest ja nur die dicke Band sein. Der Tobel wieder alte Schlitzohr. Ah, Bitte was? Oh, bei mir hängt es. Ja, bei mir auch. Oh, bei mir hängt es auch. jetzt geht es weiter. Oh, guck mal, der Gewinner. Er wieder, er wieder, Benjamin. Der Benjamin, der kleine Elefant. Was? Was? Flaschenpfand? Eigentlich hatte ich eine ganz gute Runde, aber leider, hm. Alleine Sarazas Seifenblase hat satte 73 Fragen gestellt. Muss man nochmal wissen. die Leute sind echt Hammer, ey, was hier abgeht. Beste Community ever. Was ich auch krass finde, ist, wenn jetzt zum Beispiel der Tobi was Trauriges auf, ähm. Sozialer Brennpunkt Rancho, Deathmatch, weiß ich nicht, haben wir alles schon gemacht. Nee, wir machen mal das hier nochmal jetzt. Machen wir Wiederholungen, ne? Und dann können wir vielleicht mal über den Wolken machen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gemacht hatten. Bäh. Nochmal eine Wiederholung, weil der Freefall sieht halt auch echt cool aus. Oh. Ich hoffe, es funktioniert. Man weiß, bei GTA ja nie so genau. Okay, ich mach mal ganz kurz Nacht. Okay? Geht das? Und Waffen mach ich auch ein. Waffen? Krass. Sag mal, bist du bekloppt, Junge? Theoretisch, wir können es mal probieren. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Hab ich gar nicht probiert. Tobi, wie viel Geld hast du? Äh, 44.000, endlich mal wieder. Wo ist der voll der Bonze, Tobi? Wo ist der voll der Bonze? Oh, Bias. Tobi, wie viel Geld hast du aus dem Konto? Eine Frage von... Eine Frage von... Ey, Flo, hast du dir noch ein paar notiert? Ich hab noch eine geile Frage. Ich hab noch eine geile Frage hier. Von Dennis Wert. Tobi, wie geht's der kackenden Oma? Läuft. Läuft bei ihm. Ich hoffe ja mal, dass du sich irgendwann mit Brennnesseln den Arsch abwischst. Das würde ich echt mal gönnen. Boah, jetzt sei mal nicht so gemein, ey. Dann ist Polen aber offen. Das auch. Das reizt aber. Komm, Flo, stell mir direkt eine vernünftige Frage. Komm, für uns alle. Ja, was mich verwundert, aber sehr viele haben gefragt, was eure Lieblingsfrüchte sind. Oh, Früchte, du altes Früchtchen. Das ist auch eine Frage. Wo ist der da? Wo ist der da? Gute Sache. Gute Frage. Ich würde sagen, also ein... Fangt ihr doch mal an. Melone beim Dennis. Und Tobi? Was, wie war denn die Frage? Ich hab grad nicht zugehört. Was Lieblingsfrüchtchen sind. Deine Lieblingsfrüchtchen. Abgesehen. Boah, ja, Melone ist geil. Wassermelone auf jeden Fall. Oder... Ich find auch Mango geil. Ja, Mango. Apfel ist auch Frucht. Ja, doch klar. Ja, fällt auch unter Frucht. Banane auch mal zwischendurch. Tobi, kann man machen. Banane? Joah. Was ich empfehlen kann, ist Banane mit Schokolade, weil danach hat man sehr tolle Verstopfung. Das ist schön, aber ich kann das gar nicht essen, weil ich eine Zahnüberempfindlichkeit habe. Oh. Da wird mir der Kiefer wegplatzen. Ich hab dir das jetzt für die Oma als Tipp gegeben, ne Tobi? Banane mit Schokolade, das ist ein bisschen eklig im Zusammenhang damit. Ja, ja, das war ja wegen der Verstopfung. Vielleicht lässt du den Wald dann mal in Ruhe. Achso, ich dachte, ich soll dir eine Banane hin... Also, ja. Tobi, was ist denn los wieder mit dir? Tobi, aber... Nein, Dennis. Tobi, ich will dich anfassen. Das ist mir das jetzt erst mit RB, sagt der Schlingel. Ich dachte, du wüsstest das. Du bist doch jeder Brauchgeber. Ich bin ja GTA Noob, ey. Von wegen. Ich mach 150 Folgen und kann es immer noch nicht. Genau wie der Sie. Ja, ist so. Aber da kannst du... Da solltest du mal gar nicht so große Töne spucken, mein Lieber. Als ich es gesagt habe, habe ich gedacht, ach, halt doch lieber die Fresse. Sollte ich vielleicht öfter mal tun. Ja, vielleicht. Boah, man kann ja wirklich... Ich fliege auch noch. 110 Punkte, bitte. Boah, wer hat 110? Ich habe gar nicht... Du hast 110 Punkte? Nee, nicht mal ansatzweise. Was ist denn jetzt los? Dennis, du musst durch diesen Kreis fliegen, ne? Ja, deine Mama fliegt da durch. Ja, die macht das besser wie du. Stimmt. Also, ich bin jetzt echt ziemlich langsam unterwegs mal. Und es klappt eigentlich fast schlechter, würde ich sagen. Boah, der wird geschossen. Ich glaube, wenn du schneller bist, ist besser. Nein! Da hat noch eine kurze Frage ein von KittyPanTrashyFan. Was sind eure Lieblings... Also, McDonald's, Burger King, KFC oder Subway? Eure Lieblings... Also, von denen... Von denen würde ich fast keinen wählen, weil ich finde eigentlich diese ganze Burger-Eröffnung in Städten halt eigentlich ziemlich nice. Ja, die so richtige Burger machen, ne? Genau, die frische Burger. Genau. Die sind halt eigentlich fast alle besser, ganz ehrlich. Ja, das stimmt, wenn die Burger nicht so aus der Produktion so... Ist natürlich auch klar. Ich meine, McDonald's isst und kosen eigentlich alles kack essen, aber ich tue es halt auch öfter mal und hau mir dann Burger hinter die Binde. Alles andere wäre gelogen. Das ist halt auch Massenproduktion bei denen, ne? Ja, und wenn du halt echt schnell was zu essen haben willst, dann ist es halt praktisch. Muss man halt klar sagen. Ja, und so ein richtiger Burger kostet dann auch das Doppelte. Genau. Da wirst du aber auch satt davon, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Haben wir hier im Dorf, also im Dorf, im Städtchen gibt es bei uns, in Köln gibt es ja auch sowas. Jede Menge mittlerweile. Ja, jede Menge mittlerweile. Beef Brothers, fette Kuh. Die haben wir ja auch sowas. Das heißt Burger Factory. Ist auch sehr cool. Bei uns gibt es Dannis Burger, an dieser Stelle mal ein bisschen Werbung machen. Finde ich super. Wer ist denn in Darmstadt? Ich bekomme sauviele Nachrichten immer von welchen, die auch in Darmstadt sind. Echt? Das ist ja cool. Tobi, wann kommst du nach Radio Darmstadt? Ja. Jaja, immerhin bringe ich jetzt 65 Punkte nach. Hause. Aber ich glaube, Freefall. Wo soll ich hin? Mach doch gar keine Interviews mehr. Wollte ich sagen, der macht doch gar nicht mehr. Nee? Nee, der macht doch jetzt Science Fiction. Was denn? Wissen. Finde ich aber ganz cool. Oh nein, nein. Oh, weiter. Alter, du Vogel. Oh Mann. Was ich erkläre, dort extra Nora und verkehren. Ich war dann so übermütig und hab mir bei Christoph Krachten nachgedacht. Das kann ich verstehen. Wenn ich auch immer erzählt bin ich. Christoph ist eigentlich in Ordnung. Ich kenn ihn ja ein bisschen. Er ist echt in Ordnung. Aber er wurde ja echt gehatet, was ich manchmal gar nicht verstehen kann. Aber da will ich gar nicht mich drüber einmischen. Ich muss ja sagen, ich war ein bisschen enttäuscht letztens von ihm. Warum? Er hat irgendwie seine Schlüssel in den Aufzugsschacht fallen lassen. Da hab ich unter sein Foto gepostet, der Tag, an dem die Schlüssel in den Aufzugsschacht krachten. Aber er hat's nicht geliked oder so. Fand ich ein bisschen schade. Wollen wir jetzt hier ein Päuschen machen oder was sagt er? Wie lange geht die Folge? Wir haben jetzt dreimal hier gejumpt. kann man machen. Das ist immer das kürzer. Wir hatten ja auch schon längere Folgen und hatten jetzt ein bisschen an einen fliegen lassen heute. Kann man jemandem bitte eine Kugel in den Kopf schießen? Also ich hätte jetzt Gefällt mir gedrückt. Also ich muss das auf jeden Fall noch lernen mit dem Fliegen. Hab ich aber auch ehrlich gesagt zum zweiten Meist gemacht. Auch nie in GTA. Weil das hat ja Gronke spielt hauptsächlich. Aber die letzte Aktion war natürlich ein Überfell. Wie auch immer, wir verabschieden uns an dieser Stelle, wenn's am schönsten ist. Wetten, der stattet jetzt raus. Und sehen uns wieder in der nächsten Episode. Wetten nicht, wetten nicht. Ja, das war's. Eine lustige Freefall-Aktion. Mal ein bisschen Fallschirmspringen und hab all wieder ein paar lustige Themen gequatscht. Ich würde sagen, ich verabschiede mich hier ganz schnell an dieser Stelle, weil ich schäme mich ein bisschen für die letzten Sessions, für die letzten Folgen. Mein Gameplay war echt eine Katastrophe. Aber darum geht's ja nicht. Wir haben Spaß zusammen und ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode von GTA Online. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.